Hallo zusammen, AI Zocker hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest. Sie haben ihre Wahl getroffen anzunehmen bei Chandris Mundweda in Nasiata an dieser Position. Vor Quest ist die Quickspringerin. Quest ist angenommen. Nun heißt es Abyssalkommandantin Sephara gestellt. Ist dieser Mob hier. Und ich gehe mal davon aus, wir dürfen ihn oder sie angreifen. Mal schauen. Hat sehr viel Leben. Ich hoffe, das war jetzt kein Fehler, auf die Anzugreifen. Gift-Tack-Tack. Mal schauen, was passiert. Besonders viel Schaden macht es ja nicht, aber der Kampf dauert sehr lang, wie man sieht. Also ich habe noch keinen Millimeter abgezogen. Recht mit Janius. Das ist hier dieser kleine Geist. Ich werde sie anklicken. Gut in Frieden, das war es auch schon. Also man musste den Mob nicht besiegen. Quest ist abzugeben bei Chandris Mundweda in Nasiata in dieser Position. Ich hoffe, das Video konnte euch helfen. Die Schildwachen stehen bereit.